Hallo, ich bin der Jacques Michels von Inkisch TV und wir sind hier in den Niederländen auf Komoris Open House. Und ich spreche hier mit Herrn Baumann. Hallo Herr Baumann, wie geht es Ihnen? Danke, gut. Hallo, also erzähl uns mal, also die Relation zwischen euch und Komori, wie ist das zustande gekommen und was bezeichnet das eigentlich für Deutschland? Wir sind mit Komori vor zehn Jahren zusammengekommen und haben für Komori begonnen mit der Zusammenarbeit, der betrieblichen Zusammenarbeit in Süddeutschland und sind aber 90 Jahre im Markt und sind ein etabliertes Unternehmen in Deutschland als Vertriebsunternehmen und haben zwei Standbeine. Das eine ist das Handelsunternehmen mit dem Vertrieb von Komori, das andere ist der Maschinenbau, wo wir auch wiederum mit Komori zusammenarbeiten und Komori auch unser Vertriebspartner ist in vielen Märkten in der Welt. Heute sind da ja verschiedene und viele Leute da, auch viele Deutsche. Also Komori hat auch Deutschland als wichtigen Markt eigentlich angezeigt. Wie werden Sie dann eigentlich das zu Herzen nehmen und weil da auch ein Kompetenzzenter jetzt gebaut wird oder wie wird das eigentlich, also da, also abläufend für Ihnen auf den deutschen Markt, was bringen Sie eigentlich am Tisch? Komori hat uns vor einem Jahr angesprochen, ob wir in ganz Deutschland für Komori arbeiten wollen und haben tatsächlich gefreut, dass wir diese Herausforderung hier annehmen dürfen. Wir haben aber gesagt, wir müssen für Komori ein anderes Setup finden und haben deswegen dieses Komori Kompetenzzentrum jetzt gegründet, das zum 1.4. dann nachher auch veröffentlicht wird. Was heißt das? Im Prinzip ist Komori Kompetenzzentrum eine Mannschaft von bis zu 16 Leuten, die sich exklusiv um Komori kümmert, sowohl im Vertrieb als auch im Service. Ziel ist es, die Marke, starke Marke Komori in Deutschland stärker hervorzubringen und am Ende des Tages die Kunden zu begeistern, dass sie sich neben den anderen Marktbegleitern auch mit Komori beschäftigen, weil wir einfach glauben, das ist ein super Produkt, mit dem man viel Geld verdienen kann. Also Sie mit der Baumann-Gruppe natürlich sind sehr bekannt, auch mit Ihren eigenen Maschinen. Also das Wichtige für diese neue, würde ich sagen, Kombi mit Komori zusammen, also das ist auch so auf der Servicing-Seite und auch auf der Verkaufsseite, die Sales-Seite. Betreuen Sie das alles? Ja, am 1.4. werden wir exklusiv für Komori sowohl im Vertrieb als auch im Service unterwegs sein.